Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ja angefangen unser Jetpack hier zu bauen. Bis zum Elektro-Jetpack sind wir gekommen. Und jetzt gehen wir noch zum Steel Jetpack. Weil ich glaube nicht, dass wir Platinium schon herstellen können. Also auf jeden Fall wüsste ich nicht wie. Voll weiß, Platinium kriegst du auch Platinium. Oh, und ich glaube nicht, dass wir Platinium auf Lager haben. Platinium. Nö, sehe ich nicht. Würde ich auch nicht sehen. Ich wüsste auch nicht, woher zur Hölle wir das kriegen. Oder geht es irgendwie hier... Gibt es hier Magic Verdeck, um Platinium zu bekommen, den ich nicht weiß. Also Diamond und Silver Amber. Oh. Wir könnten das herstellen. Silver Amber sollten wir schnell hergestellt kriegen. Warte mal. Gehen wir doch kurz hin. Inget. Machen wir das Pulver. Und das Pulver können wir herstellen. Mit Silver Amber. Da kriege ich nochmal ein Stacky Stack und mehr was hin. Diamonds habe ich eh noch ein paar dabei. Dann gehen wir nochmal schnell auf Diamond. Und ich wollte noch zwei Sticks dafür mitnehmen, wiederum. Wir haben hier so einen schönen Compressor schon stehen. Ah, wir müssen jetzt hier mal schnell sagen, Dump. Dann laden wir Diamanten. Und zu schnell Platinium herstellen. Das ist doch mal geil. Wir haben sogar Platinium schon. Encased Fire Jet. Was ist es? Was ist denn? Was ist denn? Warte mal. Warte mal. Oh. warum steht im export und der letzte block drin ach so mit dem import flug explodas ok ok jetzt musst du wahrscheinlich wieder diamanten kompresse rein tun aber die haben wir jetzt nicht weiter aber ich kann hier wahrscheinlich schon mal hier rein tun dann krieg ich platinium teile rein cool dann können wir gleich weitermachen dann können wir das wirklich bis zum letzten level durchmachen dann können wir wirklich high end gegen high end vergleichen so nun aber müssen wir nicht hier solche calls herstellen stellen mal 20 stückchen würde ich sagen das sollte auf jeden fall dann reichen für das erste zusammen 20 von diesen coals damit können wir anwenden what elite control unit advanced control kann ich die schon kraften ok wir haben da auf jeden fall ein bilder zu tun okay zurück zu dem thema wochen leute ich weiß dass ich stil habe ich habe vorhin stil noch hergestellt erzählt wenn ich so ein blödsinn so ich habe jetzt eine batterie würde ich brauche noch vier gut jetzt wollen sie so ich gleich mehrere von dem machen wir wieder zehn stück davon dann haben wir wieder ein paar auf lager gut dann machen wir die kapasite abhängen zack so ok dann die zwei büsen triebwerke wo ihr vergessen habe dass sie erst diese blöden öfen machen muss wo jetzt irgendwie was fehlt was ist das jetzt hier wieder gewesen ist stil casing 20 stück passt doch das erste oder gut jetzt werden wir in kluge voraussicht vier davon machen so dann zwei davon machen gut und dann zack es lädt sich irgendwie als ob ich irgendwie wireless charging aber oder sowas in der art dann und ask me how so eine enrichment chamber die hätte ich wieder mit magisch zeug aufgefüllt super platinium dinge haben wir schon das ist schon mal klar ich muss schauen wie ich die hergestellt mit eisen ok also ich brauche jetzt iron dafür iron und jetzt haben wir dafür ich will die filter mal hier rausnehmen jetzt sehen wir hier die output eingestellt kann ich hier noch eine acceleration kart mehr haben acceleration kart muss nicht schon wieder da ist er ein bisschen flotter dann kriegst du der ist gleich auch schon auf full speed dann sollte man sehen wir schon haben wir zwölf von den advanced schon ich wollte gucken wo diese elite units das sollte passen gut als nächstes musst du dann diese basic dinge hier diese basic alloy enrichment alloy mit diamanten pulver versehen da habe ich noch diamond compressed von hier her und dann nehmen wir diese alloy dinge schnappen wir uns nen stack und dann können wir kurz mal tauschen gehen hier auf dump kommt mir noch mehr rein und tun dann die durchjagen er geht gut durch ich höre jetzt immer 12 rein wenn wir wirklich noch brauchen einfach dann kommen wir wirklich nur auf die menge die wir wirklich im ende verbrauchen auch oder wir lassen einfach die durchlaufen weil dann sind wir eh schon soweit dass das schon wieder reicht so ok gut dann sollten wir jetzt fähig sein diese ultimativen calls zum annehmen ich muss erst richtig das mittelteil hier noch entwickeln jetzt habe ich nur sieben davon machen können weil ich erst wieder redstone kompressen muss das ging flott gut dann tun wir das wetzliche redstone wieder ins system fließen lassen gut dann schauen wir weiter als nächstes machen wir lieber tarios fünf stück brauche ich von euch genau dann ich kann sogar zwar machen cool dann die zwei flaster aber jetzt das ultimative jetpack holy shit muss ich hier wahrscheinlich noch was raus nehmen muss das dumpen noch anfangen dann sollte gleich nachfüllen anfangen oder ja gut wir haben jetzt das ultimative jetpack das müssen wir wahrscheinlich noch mal laden gehen hier in der solle wireless charger wahrscheinlich die müssen das jetzt schnell vollkriegen füllt wenigstens mit zehn millionen für den satz tier 5 jetpack holy shit okay also wir erinnern uns das kann hoch runter du kannst mit b auf hover wechseln oder ausschalten und dich dabei verletzen gut wir sind oben bei der zweiten reihe mit zwei rüstungen 232 rüstungen sind wir insgesamt so leergepumpt gerade gut dann tauschen wir mal das jetpack aus jetzt sehen wir hier eh okay es kümmert sich genau so wenig drum ob du jetzt von oben nach unten fällst oder nicht du schießt auf jeden fall viel schneller von a nach b es frisst strom was bedeutet ich muss nicht jedes mal mit gas nachfüllen problem ist ich brauche einen riesigen strom speicher ähm so rüstungs mäßig macht das nicht wirklich einen großen unterschied okay doch macht schon unterschied aber wie war denn jetzt die steuerung für das ding irgendwie kann ich bei dem eh hofer off okay wenn ich jetzt noch mal in die steuerung äh options controls hier unten war dann irgendwo mehr kann man und hofer mode okay das gefühlt sind wir viel viel schneller mit komm kann ich das ding ganz ausschalten mit h kann ich den hofer mode deaktivieren okay wenn wir jetzt das andere eigentlich ganz ehrlich es ist doch viel langsamer eins wir machen das jetzt einfach mal schau her gehen jetzt an die ecke hier schon noch da vorne gegen das blaue gehen hoch eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn 16 sekunden von hier nach da okay jetzt wechseln wir wieder unser jetpack gehen auf comma um es zu aktivieren auf h um den hover mode zu aktivieren schießen schnell nach da hinten also ich habe jetzt schon die vermutung dass wir weniger als 16 sekunden brauchen wir schauen da vorne hin eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht gerade mal ansatzweise acht sekunden was ist wenn wir runter fallen also hofer mode ausmachen und dann wieder aktivieren das funktioniert auch nice also eindeutig festzustellen das mechanism ding ist zwar simpler zu craften es ist nicht diese sechs sieben stufen die wir haben bis wir was machen dürfen aber das andere ist flotter was für mich vorteil ist wenn du rumschweben willst und so zeugst und ich glaube es hat einen höheren speicher also ich glaube dass wir nicht so viel energie verbrauchen wie jetzt mit den restlichen dingern wie jetzt mit den restlichen dingern ich hätte sie gerade kompletten maschinerie hier strom geklaut fast schon ne es kommt immer noch energie durch aber ich glaube der hier ist das ich finde das gerade nicht so lustig weil er versucht dieses jetpack aufzufüllen ok aber man muss natürlich auch wiederum dem hier zugute halten es gibt hier viel mehr rüstung wenn wir das anschauen wir sind in der zweiten zeile schon drin was aber eigentlich keinen unterschied machen sollte wenn wir in zukunft genügend und gut genug sachen haben in dem fall wie viel energie ist hier drin gesprächert 80.000 was passiert wenn ich jetzt hier auf weg das war mal eine speicher batterie von uns vorteil ist natürlich hier wenn wir in der umgebung sind werden wir dann wireless gechargt mit dem ding hier ich möchte nur kurz anschauen aber wir müssten eigentlich sogar gleich sehen können jetzt rechnen wir uns wieder cool schauen wir uns das irgendwie bei 60 millionen oder sowas stoppen so jetzt geht der langsam hoch ok das sehen wir schon es erhöht sich hier auch noch bedeutet es fühlt sich jetzt noch weiter voll zwar langsamer wie gesagt bei 62 millionen sind wir gerade jetzt sind wir bei 63 millionen bedeutet wenn wir hier vor ort überall rumfliegen und über solche kleinen dinge haben rein theoretisch verlieren wir nicht mehr jetzt auch hier oben verlieren wir jetzt energie ok 33 millionen hover mode anschalten können wir mal ins inventar gucken ok er frisst flott seine 63 millionen natürlich er frisst sie nicht langsam aber ich hätte das gefühl dass er jetzt nicht langsamer oder schneller ist wie was anderes wenn wir jetzt in der nähe von hier hin gehen natürlich wo der charger ist er ist nicht mehr rot bedeutet er frisst gerade jetzt hält er uns die ganze zeit auf 64 millionen oben wird hier über ein paar hinstellen wir können hier rum hoppern wie bekloppt rein theoretisch aber leute wie erwähnt ist das für das erste die letzte folge ich habe das gefühl ich habe mich einfach in dem let's play jetzt ein bisschen festgefahren und das ist natürlich für euch auch nicht mehr so spannend zum zuschauen vielleicht komme ich in zukunft mal auf das let's play hier zurück und mache hier weiter denn ich würde es gerne also würde gerne hier weiter fortführen und fortfahren auch was das ganze angeht ihr seht auch unsere maschine hier zum beispiel läuft immer noch super gut wir produzieren cobblestone alles als diamanten also wir sind schon weit gekommen wenn wir uns das ganze anschauen aber ich will mit euch jetzt erstmal ein paar andere spiele noch anschauen und vor allem bevor noch krips space.2 rauskommt was ja natürlich dann eindeutig mein hauptprojekt wieder wird will ich noch ein paar spiele mit euch durchgehen und würde damit sagen das war es für das erste von diesem let's play wie gesagt ich werde die welt behalten und vielleicht kommen wir in zukunft auf diesen spielstand zurück ich habe euch gefallen wenn ihr ja das linken daumen nach oben da abonniert wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim nächsten mal wieder also bis dann ciao